Sensationelle Gags! Sensationelle Gags! Was sehr passend war, ist auch, dass der Casino-Besitzer ein High ist, weil die Sharks, so nennt man sie auch beim Pokern, sind extrem aggressive Spieler, die alle anderen oder die Anfänger fertig machen. Oh, wir können hier in die Back-Alley gehen. Okay, aber erstmal hier ein bisschen Poster bestanden. Eine Titi-Facke. Der Tim. Knöchelläufer. Eis kalt. So, you care? Company policy. So you don't care for me? I don't know you. Fair enough. I'm Teddy Bear. I'm a private snoop and such. Anyways, can you let us in? It's an invitation only, Vince, sir. Did you just mispronounce the word, sir? Maybe. I'm not a linguist. Okay. So, what do we need to enter? In order for the player to continue, he can speak to the Sharks Goon once. After he doesn't let them in, they can go around back to the alley behind the casino. There are several boxes in the alley. What are you saying, man? I'm sorry. I get lost in my own... Thoughts? I was going to say lie. But yeah. But you have to let us in, in order to advance the plot. Poor wall jokes. Don't work on me, guys. Haha. Haha. They are kind of hidden miss. Okay. Fine. We'll be back. Bye, Mr. Henchman. So long, Mr. Amber. Miss Bear. But here they work. So, first of all here. Lioness Leia. Who is that? That's Leia. She's a designer from Beaverly Hills. Classic. Elephant Edward. Who is that, Ted? Edward the Elephant. He runs the Paper City Bank. Professor Penguin. Professor Penguin. Good man. Comes off as cold and distant though. Die Gags sind halt schon gut, oder? Hey, who is that? It's Ben the Bunny. He's a cousin. I didn't know you had a cousin, Ben. He's not my cousin. Susie Stitches. Who is that, Ted? Susie. She's addicted to plastic surgeries. It's a miracle how she keeps it together. Her life? No. Her face. Hahaha. Das sieht man aber schon hier. Rino One. Who is that, Ted? Don't know the guy. Who is that, Ted? Don't know the guy. Miss Kalia, the cat runs a beauty parlor. Could use a treatment herself, if you know what I mean. Who is that, Ted? Who is that, Ted? Zebra Zack. He's so hot right now. Who is that, Ted? How do you not know Donnie? Should I? Don't you know everyone around here? I do. I just love asking you annoying questions. Yeah. Is aber auch meine Schuld. Muss man sagen. They really bring in all sorts of classy acts to perform. Yeah. It's almost... Good. Das haben wir schon gehört. Ja, wenn ich schon mal was weiß, muss ich auch raushauen, MT. Ist ja klar. Westpaw Casino. Shiny and inviting. Gut, aber dann gehen wir jetzt doch einfach mal in die Seitenstraße, würde ich sagen. Oder Seitengasse. Tut mir mal, was es da Schönes gibt. Müll. Ich durchsuche keinen Müll. These are empty, Ted. And they're trash. Maybe we could use them somehow. Gut, dann nehmen wir sie mit. I feel like I still need to do something. Someone might get hurt that one. Okay, dann halt nicht. Anzünden werde ich's wohl kaum machen. Markierte Kisten. Ja, das ist nur neun. Schauen wir uns das mal genauer an. Ja. Gib mir mal die Kreide. Leistungskriterien. Jetzt machen wir da Zahlen drauf. Die 14 gibt's doch schon. Okay. Die nehmen wir mit. Echt immer noch was. Was denn noch? Die sind doch schon angemalt. I feel like I... I feel like I... Ready for delivery. Perfect crime. I feel like I still... Immer noch was machen? Was denn noch? Steht da noch was anderes? Außer dass sie markiert sein müssen, nummeriert sein müssen. Ja, das haben wir schon geredzelt. Jetzt habe ich's... Wir bekleben die, damit man das nicht sieht. The perfect camouflage. Ich hätte hier natürlich die anders drauf gemacht, aber okay. Jetzt nehmen wir die leeren Kisten mit, die von uns beschrieben worden sind. Nicht beklebt, damit wir da mit reinkommen können. 10 Minuten später. Ohhhh. Wow. That was uncalled for. What the... Be quiet. Hey. Did you hear that? What? It's sounding like a bright 10 year old girl and an alcoholic teddy bear. Your imagination, man. I swear. Let's go. I have band practice later. Wow. Gutes Gehör hat er ja. So. Krumme Bühne. Offensichtlich. Fotos. It's all the famous artists who performed here. Tischschmuck. They really don't serve their purpose here. Erdnüsse nehmen wir mit. Erdnüsse werden mitgenommen. Falls ein Elefant irgendwo kommt, brauchen wir Erdnüsse. Ja. Völlig verrückt. Errungenschaft freigeschaltet. Ich wollte zwar eigentlich nicht die krumme Bühne haben, aber okay. Bühnentechnik. Oh cool. Can we stay for a show? Can we? Oh. That's right. Papiermond. Just be careful. It doesn't hit your eye. You mean like a big pizza pie? That's Amore. That's Amore. That's Amore. That's Amore? Dann brauchen wir das. Seems like there's going to... Oh cool. Can we stay... Oh. Das hatten wir schon. Ich denke wir haben hier sonst alles. Eigentlich bräuchte ich da diesen Mond, weil irgendwie was Amore mäßig ist, der noch für das Rätsel gebraucht wird, nämlich am... Aber gut, gehen wir ins Erdgeschoss. Ich glaube wir haben hier alles einmal überfahren, um zu sehen, ob irgendwas fehlt. Die grobe Bühne haben wir schon untersucht, mehr oder weniger. Ein Obstkorb. Schildkröte Fyodor. Leo. 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 He is a scientist. Fuchs Fiona. I can barely tell that that's his apart. That's Fyodor I think. Wally works at the docks. I guess it's his night off. I feel nervous around here. Okay, das machst du wahrscheinlich überall. Krummer Raum. Passender Name. Ja, dann reden wir doch mal mit Doris, würde ich sagen, oder? Vielleicht können wir ja anschreiben lassen. Hallo, Doris. Oh, mein Gott, Amber Ashworth, als ich live und schreie. Ja, das ist der guten alten Me. Du bist eine spezielle Gast heute Abend? Um, sicher, warum nicht? Sie ist eine spezielle, okay. Oh, und wer ist das? Wirklich? Du weißt, wer sie ist, aber nicht wer ich bin. Oh, ich weiß, du bist der bekannteste Detektiv Ned E. Bear. Ja, das ist der Ned. Es ist Ted. Bless dich, liebe Frau Ashworth, wie kann ich dir helfen? Wir kamen zu sehen, Herr King. Ich bin Angst, Herr King ist in seinen Quarters. Ich bin etwas völlig legal, ich glaube. Ah, seit Frau Jones zu gehen, hat er immer mehr und mehr secluded ist. Poor, dear, such a shame. Tigern? Ja, so eine wunderbare Frau, Frau Jones. Kind, beautiful und wise. So wise. Just wie du, Frau. Wise? Er? Are you sure you know who you're talking to? Hush, Ned. The ladies are talking. Oh, für die Liebe. So, Tigern and King are divorced? Do tell. I'm afraid so, Miss. Oh, yeah. Such a shame. Gossip. We went to see her earlier today, but we couldn't find her. I guess she wasn't home. Oh, you're looking for Miss Jones? Could you, could you give this to her? She left in a hurry and must have left it behind. It was a very special gift from Mr. King. What is it? It's a heart-shaped locket Mr. King got her for her birthday. Dammit, I'm at us laughing. It has pictures inside. I just thought she liked to have it. Sure, we'll take it with us. Thank you, dear. You're just so lovely. Okay, she's lovely and wise and all that. Old lady, how do we get to King? I'm afraid you'll have to talk to his guard over there by the elevator. Poor Grotty, he must be so tired. And I bet he's hungry. Could you two get him something to eat if you find the time? Maybe he'll let you see Mr. King if you're nice to him. Sure, I'll cook him something nice. As if I don't have anything better to do. Just be sure you don't use any nuts. They make him very sleepy. That's, that's really specific. Alright, we have to go. Doll. Yeah, it was nice talking to you, Doris. Oh, my sisters are not going to believe when I tell them I talk to the famous Amber Ashworth. Gut, wir haben, äh... Release the Kraken. Or, you know, rather, don't. Es sind leider hier ein paar Übersetzungsfehler drin. Also, schon mal vom Sinn her, haben wir ja vorhin schon einige Teile gehabt. Aber dann eben, dass eben Ted-I mit I da steht bei seinem Namen, Ted-I-Bear. Jetzt natürlich Leibere anstatt Lieber. Aber okay. Ja, würde ich sagen, äh, gehen wir mal Richtung Aufzugsvorraum, he? Zu unserem netten Kollegen, der uns da ja sicherlich durchlässt, wenn wir ihm Erdnüsse geben. Hallo. Obst, Korb. Do I look like I practice healthy habits? I remember the night King got that hand. I have to hand it to that bastard. He's a really good card player. Vier Arsen, naja, mit vier Arsen zu gewinnen ist jetzt nicht so schwer. Um es realistisch anzusprechen, gell. Can we take a break? 30 minutes. Topps. Nope. Come on, Gramps, we'll rest later. Hier ist auch 30 minutes und er schreibt halt 3 in die Übersetzung. That living mountain is blocking the elevator. Drehen wir mal mit Groth. Groth, was ist los mit dir? Hello, Mr. Sir, can we just scooch past you real quick? This is a restricted area, sir and or madam. Please return to the main floor in an orderly fashion and enjoy the variety of our games. In West Paul Casino, everyone is a winner. I'm sure you meant winner. I'm sure you're right. I'm sure you're right. I'm sure you're right. We'll try it again. That's the president's life. Ted, just give up. Yeah, you're right. Never mind. I'm glad I can heal. I'm glad I can heal. I have to try it again. Please let us pass, Mr. Bouncer, sir. Pretty please. For the love of have some dignity. Is that a vomit stain on your shoe? It's a weight, is it? I'm a special agent Mulder and this is special agent Scully. We're investigating a strange occurrence around here with them aliens and whatnot. We need to go upstairs to check for aliens. Sir, I mean, I'm not the smartest guy in the world, but that was really stupid. It's boss. I can't believe it. You have to, Dina. The truth is out there. And pass in the music noch reingauon. Sehr gut. So, the Nachtschicht is there. Alright, the ship's here, buddy. You have a good one. It's always us that gets the late ones. Huh, doll? I know, and I'm a mess. And the coffee here is just below any reasonable standard. How do they expect us to work under these conditions? Uh, I'm having a hard time believing you two are bouncers here. How come? Well, he's just so tiny and she's a girl. Hey, so a girl can't be a bouncer? To be honest, he would be the first one I've ever seen. Well, if you must know, I have a golden belt in karate. That's not even a thing. Girl can't be a bouncer. I could kick your ass. But, uh, nothing. Forget it. Komm, dann geben wir dir halt mal die Erdnüsse, nicht wahr? Guck mal, Nüsse! It'll just make a mess. Okay. Dann werden wir anscheinend erst mal nach... Können wir dir das vielleicht mit dem Obst vermischen hier? It'll just make a mess. Someone might... It'll just make... It'll just make... It'll just... Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal woanders gucken. Wohl was zu essen für ihn finden, nicht wahr? Weil hier ist... Okay, ich muss das versuchen. Dann gehen wir zurück. Schauen wir mal, ob wir unten irgendwie eine Küche oder so finden. Vielleicht kriegen wir da was und können es dementsprechend dann mit Nüssen strecken, vermischen, wie auch immer. Gut, können wir hier spielen. Jawoll. Auf geht's. Jackpot. Los geht's. Wobei, kann ich hier auch pokern? Ich glaube nicht. Sonst würde ich eher pokern mit dem Geld, was ich habe. Auf geht's. Ding, 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 ding. Ja. Ja. Man könnte fast meinen, es wäre geskriptet. Eine Marke. Cool. Ich kann gar nicht sagen, dass die Schöne ein Teil sind. Das ist Fiona, ich glaube. Du liegst falsch. Ein Aquarium. Wall Wall-E hatten wir schon. Reden wir noch mal mit V-Tier Sebastian. Winston Wolf. Naja, da muss er das Geld erst mal haben. Da laufen wir mal ein bisschen weiter, nicht wahr? Oder geht das hier gar nicht weiter? Ich glaube, es geht hier gar nicht weiter, oder? Ich glaube, es geht hier gar nicht weiter, oder? Ich glaube, es geht hier gar nicht weiter, oder? Das muss ich sagen. Ja, aber wo? Ah, wahrscheinlich vorne, bei Doris, oder? Beim Cashier. An der Kasse wieder. Das würde sogar Sinn machen. Hier guck mal, Doris, Chan, was für dich? Was krieg ich? So, dass sie ihre Eltern nicht interessieren können. Wir haben auch balloonen Tiere. Das ist schrecklich. Du hast quasi die Kinder lernen. Du wißt du was? Ich will über das Mr. King sprechen sprechen. Es ist wirklich ein bisschen schade. Du denkst? Also, du willst deinen Ice Cream? Um, ja. Chocolate oder Vanilla? Vanilla. Chocolate. Oh, dear. Wie soll ich euch nur zwei geben? Aber niemanden erzählen, okay? Ich würde einen zwischen den Augen nehmen, bevor ich dich rauskomme, Doris. Oh, mein. Okay, dann. Ich glaube. Dankeschön. Jetzt haben wir Eis und da tun wir Nüsschen rein. Ich bin sicher, dass wir eine bessere Kombination von Flasern finden. Besser als Schokolade, Vanille mit Erdnüssen? Was ist mit dir los? Aber ich würde es noch mischen. Gut, dann gehen wir jetzt wieder hoch zu unserem Kollegen. Ich würde noch mit dir leben, wenn wir ihn verbinden können. Ich würde noch nicht als Schokolade klingeln, mit uns finden,